Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Classic, diesmal mit Red Faction 2. Oh ja, das Spiel, was ich damals wirklich mit meinen Geschwistern am meisten gespielt habe auf der Faction 2, also vom Shooter her. Und diesmal werde ich nicht den einzigen Spieler machen, weil ich das Gefühl habe, dass... ...hat uns verlassen. Wir kämpfen allein gegen einen heimtückischen Feind. Ein Feind, der das Commonwealth zertört, der uns nicht verletzt hat. ...insere Nation von innen zermürbt. Aber wir sind stark genug, die Red Faction zu bekämpfen. Wir sind stark genug, die Oberhand zu behalten. Gut, da hat der Typ mir dazwischen geredet, wo ich gerade reden wollte. Ihr wartet um Größe. Ich gab's. Ihr wartet um den Sieg. Und er ist in greifbarer Nähe. Bittet nicht, die Schuze, die Feind zu verschonen. Denn das werde ich nicht. Okay, ich kann doch nicht schießen. Das kann ich nicht schießen in dem Spiel. Machen wir mal primäre Waffe, vielleicht. So, Primärwache. Sekundäre Waffe. Nachladen ist... ...Fiegt. 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 What? Ist das eine Schauung? ...den Schutz der kostbaren Leben unserer Kinder hin. Okay, warte. Ich würde es mal so... ...Zahlung mal drei gewesen ist. ...Fiechen. Ja, komm. Das ist es, was die Red-Fan-Klinge hat. Hier nochmal springen. So, fertig. Okay. So, also, wir machen mal kurz den Turm ein bisschen leiser. Ja, ich wollte doch nachladen Weg machen, aber ihr lasst mich... Ah, da. Noch da. Ruhige Waffe. Unsere Arbeiter arbeiten für den Ruhm des Commonwealths. Unsere Kinder werden vom Ruhm des Commonwealths segnen. Okay, machen wir mal hier einfach das hier. Fertig. Hab ich doch gemacht, ruhige Waffe? Da. Da, ruhige Waffe. So, fertig. So, Audio. Machen wir mal ein bisschen leiser hier, so. Also, fertig. Gut. Zurück. So, diesmal werde ich aber nicht den einzigen Spieler starten, weil letztes Mal, wo ich Red-Fan-Klinge 1 gemacht habe, kam ich auch nicht leider weit. Deswegen werde ich einfach mal den Match-Spieler zeigen. Und zwar zeige ich mal... Es sind keine Profile ausgewählt zum Managen von Bots, dass sein Profil erfordert ist, okay. Und zwar gibt es da halt verschiedene Modis wie Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, Backman und Team Backman. Ich glaube, und Arena natürlich, ne. Also, Team Arena auch, okay. Also, Deathmatch, glaube ich, schreibe ich alle. Team Deathmatch ist natürlich Standard, ne. Capture the Flag ist auch jedem bekannt. Backman. Kenne ich zum Beispiel nicht. Das werde ich mir, glaube ich, präsentieren. Ähm, Arena. Werde ich auch noch mal präsentieren. Also, das ist so Standard, muss ich mir sich hier vorstellen. Fangen wir mal mit Team Backman an. Punkte Limits sind... 120. Team Kills. Team Kills. Nein. Nein. Team Back entbuffen. Nein. Spielen. Äh, Spieler 1. Bots. Treffer, nein. Zeitlimit. Machen wir mal 5 Bots. Ja, 5 Bots. So. Ein Schuss, ein Treffer, nein. Zeitlimit 15 Minuten. Ja. Power-Ups, ja, ja. Unbereitse Munition, nein. Schwierigkeit, machen wir mal mit Hilfe. So. Machen wir mal einfach hier irgendeine... Okay, die haben keine Bilder. Machen wir mal einfach hier... Montjak. So, weiter. So. Klar, ein Fickschlag, kein Refaction. Ja, ja, ich weiß. Er hat Profil, Memory Card. Ja, ja, kein Profil. Ja. Gut. Machen wir mal... ...abbrechen. Lass mal. Ja, wollen wir mal den Strike hier. Der sah mal richtig geil aus. Wo ist denn der Strike? Boah, alte, viele verschiedene Arten. So. So, Strike. So. Optionen. Achso, brauch ich nicht. Hab ich ja schon bearbeitet. So, weiter. So, Bot. So. So, so, so. Perfekt. Weiter. Gut. Ich lass mich mal überraschen, was war Team Backman gewesen. Er zeigt jetzt nur den Multiplayer. Oh, fuck. Okay, vielleicht muss ich doch nochmal was umstellen. So, Optionen. Einstellungen. Nee, das nicht. Fertig. Controller. Schauen. Okay, fertig. Achso, ich hab kein Keyboard oder Maus. Erweitert. Y-Achse. Umgekehrt. Aus. So. Das müsste besser sein. Zurück. Spielfortsitzen. So. Ja, perfekt. So. Also, das Spiel war vor allem für meine Geschwister warum ich grad so langsam war Asaph gefunden. Warum ich grad so langsam achso wegen der Versuch oder was. Okay, kann ich mal austesten hier. Ah nein, wegen hier war so ein Slowfall gewesen. Okay, da hast du ein Teammate, glaube ich. Oder wer ist ein Solo? So, auf jeden Fall das Spiel war wirklich mit eins der Spiele, die ich hab. Meistens Spieltop auf The Passion 2. Vor allem mit meinen Geschwistern. Weil das Spiel war wirklich einfach perfekt als Multiplayer-Spiel. Man hat entspannte Abende gehabt. Lol. Okay. Ähm. Man konnte das einigen Runden spielen. Das war auch leider das einzige Multiplayer-Spiel. was auf The Passion 2 mit mehreren Leuten ging. Wo ist er denn da? So, den hab ich jetzt. Aber. Junge, stirb doch mit deiner hässigen Waffe da. Gib uns dieses Koffer. So, ich hab den Koffer. Sie haben die Tasche. Was kann ich mit der Tasche jetzt machen? Muss ich das nur halten, oder was? Ich glaub, ich muss nur halten, oder? Ich glaub, ich muss nur halten. Auf jeden Fall, ähm. Das hab ich mit meinen Geschwistern immer gespielt. Das war wirklich top. Es hat sich geil gesteuert. Die Grafik ist jetzt nicht vielleicht das Beste, was man gesehen hat auf The Passion 2, aber es hat für den Shooter ausgereicht. Hat halt so Contestrike 2002 Niveau. Ich weiß aber nicht, welches Contestrike 2002 kam. 1.6 vielleicht? Hm. Ich glaub, vielleicht 1.6 könnte ich mir gut vorstellen. Was muss ich eigentlich mit dem Koffer machen hier? Okay. Muss ich das nur halten? Sie haben die Tasche. Wenn ich schon wüsste, was ich mit der Tasche machen müsste. Okay, ich bin gleich tot, auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr. Da ist auch ein Gegner vor mir. Weg mit dem. Ja, du musst mit dem Koffer hin. So, dann nehmen wir mal die Shotgun hier. Okay, jetzt hab ich wohl eine andere Waffe genommen. Was musst du mit dem Koffer machen? Ich will die Shotgun nicht mehr. Ich muss die Shotgun. Da war die Shotgun. Oh, die hat mich gekillt, ey. Gute Frage, was soll ich eigentlich mein Ziel in dem Modus, ey? Da, ich hab ihn wieder in dem Koffer. So. Ich weiß selten nicht, was ich in dem Modus gerade machen muss. Ob ich einfach nur Kills mit dem Koffer machen muss. Das wird auch nicht gesagt. Aber ich vermute mal, dass ich hier Kills machen muss mit dem Koffer. Oder das Team, was am längsten den Koffer haltet, gewinnt oder so. Ah! Ich glaub, wir muss... Serientäter. Ich glaub, wir muss... Warte. Ich muss mich nach... Oh, Alter. Zeit, du begittest du überhaupt gar nicht, ey. Oh, ich hab mich selbst gekillt. Warte, ich muss noch kurz mal überprüfen. Also. Okay, nee. Das Rest... Die Dings da. So, ich folg mal einfach meinen Teammate. Ich guck mal, was der da macht, ey. Ach, einfach nur... Haben wir gewonnen? Das rote Team hat gewonnen. Ich glaub, wir waren rot, oder? Nee. Hä? What the fuck? Ja, wir waren das rote Team. Nice. Ich weiß ja nicht, was mein Ziel war in der Runde, aber immerhin gewonnen. Ja, das ist das Wichtigste. So, zurück zum... Spiel-Setup. Wir machen mal jetzt einen anderen Modi wieder. So. Gucken wir mal erstmal... Okay. Profil natürlich gar nicht geladen werden. Man sieht halt, ne? Das ist immer noch die... Achso. Ich muss zurück machen. Scheiße. So. Wie machen wir jetzt, ähm... Na komm, nehmen wir mal hier... Deathmatch. So. Gegen 5 Bots. Kill Limit ist... 35. Alles so lassen. Vielleicht... Einen anderen... Vielleicht eine andere Karte. Machen wir mal Erbarmungslos hier, so. Oh, die Karte hab ich noch nicht, okay. Dann machen wir mal hier die, äh... Tödliche Festung einfach. So, weiter. Also, es ist wirklich so, dass ich halt das Spiel... Ähm... Oh, was ist das denn? Okay. Dann machen wir mal weiter, so. Also, wenn man jetzt... Wenn ich jetzt nachdenke, ist die Steuerung wirklich... Nicht mehr optimal wie früher. Es ist halt... Immer noch Red Faction. So, für mich. Es ist... Etwas, was ich damals richtig gerne gezockt habe. Es ist auf jeden Fall von der Steuerung besser als Red Faction 1. Das kann ich schon mal sagen. Es spielt sich auch ein bisschen wie Counter Strike. Wenn man jetzt so... Wenn man jetzt so... Mit dem Spiel etwas härter sein will. Weil man kann ja leider nicht zielen, ne? Und für P2-Verhältnisse ist das schon... Naja... Es gab auf jeden Fall andere Shooter, die auf der PS2 das besser geblüßt haben. Aber es ist halt immer noch fast wie Quake. Würde ich jetzt sagen. Und das... Wiederum... Lässt es ein bisschen einfacher spielen halt für mich. Weil die Waffen auch schön präzise sind. Zum Beispiel... Jetzt gerade war ich der Serientäter. Weiter. Wackelt euch nicht hin und her, du Penner! Da ist es Gesundheit. Ich schaue jetzt einfach die. Oh mein Gott! Die Steuerung! Ach, habe ich nicht nachgeladen? Ich dachte, ich habe gerade nachgeladen. Ah, jetzt habe ich nachgeladen. Okay, ich mache gerade keine Kills mehr. Gut, da habe ich jemanden gekillt. Ich halte nur drauf und hoffe, dass ich treffe. Habe ich keine andere Waffe hier noch gehabt? Die hier. So. Was ist das? Habe ich keine... Doch, ich habe noch... Granaten. Granaten! Friss Granaten! So. So, jetzt gibt es noch einen Dings da. So. Die jage ich mal jetzt zum Tod. Komm, lass dich besorgen von mir hier. Alter, der macht mich mit seiner Piste fertig. Ja, wollte ich schon gerade sagen, ja. So, du auch. Ich frage mich, ob das Spiel damals auf der PlayStation 2 im Multiplayer ging. Weil die PlayStation 2 hat ja immer noch... Damals noch so in so Singleplayer spielen. Alter, da sind... Boah, wie viele Granaten da liegen. So, stirbt du auch. So. Also, auf der PlayStation 2 war das Spiel ja. Glaub ich rein offline. Und ich frage mich, ob das Spiel vielleicht auf der PlayStation 2, wenn man natürlich das in Multiplayer spielen könnte, ein Hit geworden wäre. Weil ich dachte am Anfang, also ich hatte es noch so halbwegs in Erinnerung, und da habe ich das Spiel tatsächlich mit... Aua! Mit Halo verglichen. Was mittlerweile wahrscheinlich der schlimmste Vergleich ist, den ich jemals machen konnte. Aber ich hatte irgendeine Erinnerung, dass es sich so wie Halo gespielt hat. Jetzt, wenn ich das so spiele, erinnert mich das eher so an Quake. Oh mein Gott. Doppel Waffen. Na mal geil. Achso, Leute. Mit R1 und R2 schieße ich. So. Gut, ich bin auf jeden Fall erster mit 17 Punkten. Den Sieg nimmt mir jetzt keiner hier weg von den Bots. Am meisten würde ich jetzt auch nicht aber den Story-Modus hier in dem Spiel austesten wollen. Weil ich weiß nicht, beim ersten Teil war ich ein bisschen... abgeschreckt worden vom Story-Modus. Ah, die Railguns ist geil gewesen. Das war eine meiner Lieblings-Waffen in diesem Spiel. Damit habe ich mein Geschwister damals richtig platt gemacht. Und mein Geschwister damit auch mit mir. Ah, die haben mich auch damit voll fertig gemacht. Warum bin ich eigentlich so Slow-Mor? So. Oh, nachladen. So. Double Kill. Lol. Oh mein Gott. Da hat jemand dieses Scheiße... Oh mein Gott. Da hat jemand so... Umgekehrt... Modus Kacke da aktiviert. Da, wo ich die ganze Zeit damit... Nicht... Oh. Ich konnte damit zielen gerade. Aber gut, zielen-Modus braucht man in dem Spiel überhaupt gar nicht. Ich kille gerade keinen mit meinem Railgun. Bleib doch mal stehen hier. Oh, ich habe keine Wunnen mehr. Gut, dann muss ich die doppelte Kimbo-Dinger nehmen. So, ich stirb jetzt aber. Oh, ich habe mich mit der Granate gekillt. Ich habe mich das erste Mal gestorben. Nach zwei Killzahlen habe ich wahrscheinlich einen Mord gehabt. Nee, das ist halt nicht wie bei Call of Duty. So, holen wir uns nochmal ein Präzisionsgewehr. Kann ich eigentlich noch mit zielen? Ja, ich kann noch mit zielen. Aber was bringt es mir? So. Ich glaube, ohne zielen bin ich doch besser dran als mit zielen, oder? Ich versuche das mal. Oder vielleicht auch nicht, ey. So. Doch, ohne zielen bin ich besser. Weil die Waffen verschwinden ja eh nicht in dem Spiel gerade. Oh. Wie sägst du dich noch mal Granaten ein in dem Spiel? Ach, mit der zwei. Okay. So, einfach hier so ein Granatenspam hier. Lol. Sie haben sich selbst getötet. Hahaha. Lol. Lol, 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 lol. Nee, ich würde hier lieber die MG haben. Die war doch geiler. So. Noch zehn Kills. Nice. Also, ich finde... Boah, die hat mir eine Mücke gegeben, der Wichser. Hahaha. Aber ich finde, für so ein Partyspiel ist es natürlich perfekt. Ich würde es tatsächlich, um es zu sein, wenn ich jetzt so fünf Kumpels hätte, mit denen ich jetzt zocken würde, würde ich sogar zocken. Es würde zwar beschissen aussehen mit dem Splitscreen, aber für so ein Partyspiel einfach geil. Es ist halt schade, dass man das nicht halt... Alter, hatte mir eine mitgegeben. So, es ist halt schade, dass man das nicht online spielen kann, weil ich glaube, online hätte das Spiel gerockt einfach nur. So. Es wäre halt nicht so krass wie Call of Duty gehyped worden, ne? Es würde vielleicht auch nicht so krass gespielt haben wie Call of Duty allgemein. Öh, Granatenwerfer. So. Nehmen wir lieber die Shotgun, ne? Weil die Shotgun ist besser. Er hat eine Maschine hier. Toll. Okay. Shotgun macht keinen Schaden. So. Ja, gucken wir, was das Arena-Ding ist. Wie viel habe ich denn noch? Oder? Wow, wow! Lass jemand den Boden wegspringen! Wow, ist eine Zeitlupe. Ekelhaft. So, Serientäter. Okay, die Waffe ist ziemlich krass überpowered. Ich will dich an wie die Raketenwerfer. Weil du musst nicht mal die Gegner damit direkt treffen. Denn du brauchst nur auf den Boden. Zu hauen und dann hast du schon die Gegner tot. So, noch ein Kill. So. Perfekt. Game over. Jawohl, Spieler 1 hat gewonnen hier. So, aber. Eine Runde Marsch noch, aber ich werde jetzt mal ein bisschen die, ähm, oder? Zurück zum Spielsetup. Zurück zum Hauptmenü. So, mehr Spieler. Ähm, machen wir mal eine kleine Runde Arena. Äh, boah, ich weiß hier. Limit, ordentlich. Einschuss, Eintreffer. Rund bis zum Sieg. Machen wir mal, machen wir mal fünf Runden weiter. Ah, warte mal. Ah, okay. Das ist Waffenspiel, glaube ich, oder? Warte, ich mache mal 15. Mitte, Schwierigkeit gerade. Warte, warte, machen wir mal fünf Runden. Ich hoffe, das wird dann. So, fünf Runden. Bots filmt. Ja, weiter. Ich hoffe, äh, ich habe jetzt nicht einen Fehler gemacht. Aber gut, auch wenn es eine kurze Runde ist, ist es ja nicht so schlimm. Wir warten, um Größe. So. Weiter. Jasper. Weiter. So, Shrike. Kennung. 8, 8, 8. Ja, Casino Nummer. Kämpft. Gut, ich glaube, das ist sowas wie Waffenspiel. Das werde ich jetzt mal austesten. Okay. Ja, ist, ne, oder? Ne. Sie haben Princess gekillt. Oh. Ah, das ist... Ah, okay, jetzt hast du es verstanden. Ich darf nicht sterben. Weil es geht darum, wer tot ist, wird nicht mehr wieder spawnen. Das heißt, ich muss einfach nur überleben. Voll. Oder? Dann müsst ihr eigentlich das nur noch mit der erleben, oder? Ja. Genau. So. Aber ich habe nur eine Pistole, oder? Ah, genau, das ist wirklich so. Also, wer... Zumindest habe ich keine 15 Runden gemacht, ey. Ich dachte, das wäre sowas wie Waffenspiel. Wäre eigentlich voll geil gewesen. Aber gut, das geht auch jetzt so. So, das sind die letzten drei. Also, ich mit den beiden. So, ich habe nur noch der am Leben. So, den habe ich gekillt. So, jetzt habe ich zwei Runden gewonnen. Gut. Ich könnte, glaube ich, ich habe einen Nahkampfangriff gerade machen, ne? Habe ich noch mal mit reinbader, ne? Und dann gucken wir, ob es nicht gegenseitig geht. Okay, der hat einen Doppel-Akimbo-Wache. Da wäre das besser. Eben hat er gewonnen, oder was? Aber der bleibt auch mal. So, geht doch. Hedgehoot! Die glaube ich sogar. 3, 2, 1. Kämpft! So, eine Runde muss ich auch für zwei Runden gewinnen, auf jeden Fall. So. Haben wir dann auch hier so schön, hier. Zack, 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 zack. So, Doppel-Akimbo-Wache. Auf jeden Fall jetzt hier. Ich werde definitiv die Runde nicht gewinnen. Mein Name ist auch richtig beschissen gerade. Doch, gewonnen! Nice! So. Jetzt müsste ich eine Runde noch gewinnen, oder? Eine Runde muss ich auch gewinnen, und da habe ich es komplett gewonnen. So. Alter, da sollte ich mir mein Medi und mein Gesundheit, äh, meine Waffe ist gestoppt da. Das heißt, er muss jetzt sterben, ja? Oh, jetzt schießen wir beide auf mich, ja? Ja, ja, niederwitzelt mich hier, Penner, ey. Scheiße! Scheiße! So, dann gucken wir mal, wie sich da gegenseitig... So. Vielleicht, ich würde eine andere Waffe nehmen, so. Ich hab, ich hab, ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht... Ah, der hat gestoppt aus hierher, das. So, geht doch. Ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass, ähm... Das so ein Spiel ist, und nicht sowas wie, äh, Team Deathmatch. Ich hab jetzt erwartet... Ne, nicht Team Deathmatch, die Waffenspiel hätte, hab ich erwartet. Ich hatte wirklich erwartet, jetzt ist es wirklich so Waffenspiel kommen. Oh mein Gott. Mit beiden... Ich muss ein R1 und ein R2 schießen. Ich glaub, es gibt nichts Schlimmeres, als mit den beiden Tassen zu schießen. So, gewonnen. Geht doch. Spieler 1 hat gewonnen. Spieler 1 hat gewonnen, ja. Gut. Also. Ich glaub, mehr gibt's auch in dem Spiel nicht mehr zu zeigen. Das war... Red Faction 2. Hat für mich persönlich wieder Spaß gemacht, weil... Für mich war das einfach ein Stück Videospielgeschichte. Für mich hat einfach damit der Shooter-Kreislauf angefangen. Weil... Das Spiel war das erste Spiel wirklich, was ich auf der Patience 2 von den Shootern her gespielt habe. Nicht Call of Duty, nicht Medal of Honor, nicht irgendwie Battlefield. Nein. Es hat mit Red Faction angefangen. Zwar hab ich auch mal in Internet-Cafés, ja, da kann ich auch mal zugeben, äh, Counter-Strike gespielt. Aber das hier war mein erstes Shooter, was ich persönlich selber hatte und auch jedes Mal zocken konnte. Das hab ich dann auch wirklich auf der Patience 2 gesuchtet, bis zum Gehtnichtmehr. Bis ich dann irgendwann halt angefangen hab, die Medal of Honor und Call of Duty Tales zu spielen. Auch hier Battlefield 2 Modern Combat. Das hier wiederum... Hab ich dann irgendwann aber sein gelassen, weil es wurde halt einfach irgendwann eintönig. Meine Geschwister haben auch nicht mehr das gerne spielen wollen. Äh, vielleicht auch meine Kleine Schwester, meine Großschwester war ja dann Richtung Rollenspiele rüber gegangen. So, und... Ja, irgendwann hatten wir auch das Spiel nicht mehr gehabt. Deswegen war das für mich gerade etwas Besonderes, das nochmal spielen zu dürfen, das nochmal gespielt zu haben. Weil das hier... Da kommen wieder halt Erinnerungen hoch an meine Kindheit. Und was für geile Spiele es damals schon gab. Aber... Auch... Die Spiel muss auch mal zu Ende gehen. Und... Wie besser kann es jetzt zu Ende gehen? Indem es einfach in... Meiner Classic Rubrik... Landet. Deswegen... Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zuzuschauen. Und ich hoffe, ich konnte auch euch mal zeigen, warum ich das Spiel damals gesuchtet habe. Und wenn ihr mal... Zu Hause seid... Mit 5 Leuten... Und... Ihr euch überlegt so, was könnt ihr denn zocken? Und Call of Duty vielleicht nicht mehr so... Lust macht, ne? Und ihr seid schon vielleicht älter als... 25 oder so, ne? Könnte man... Bisher würde ich euch dieses Spiel empfehlen, weil... Zu 5... Kann es, glaube ich, einiges. Und Bock doch bestimmt für ein paar Runden. So... Und... Von meiner Seite aus... Bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Und... Schaltet auch... Das nächste Mal wieder ein... Wenn ich ein Classic suche... Und ein Classic anspiele. Auf jeden Fall... Danke fürs Zuschauen. Ciao!